ein herzlich willkommen zu einer weiteren folge von minecraft dead mittlerweile schon bei folge mittlerweile schon bei folge 7 und 187 wir werden jetzt weitermachen mit wie wenn es ein 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 hafen bauen so ein klein nur so richtig klein und kann man nicht wieder schlafen kann das sein oder haben die keinen bock ich würde sagen dann machen wir einfach den weg so rum und dann gibt es hier wobei der pier könnte aber auch hier hin weil immerhin ist es man muss weiter laufen aber kein ausdruck geht einfach direkt zum zum für sogar sagen da lieber machen wir sagen muss man machen so eine eisenschau fehlt und dann gehen wir aber hacken gares zu riechen westland brauchen wir so zurück hat nicht stein auch nicht vielleicht wenig stein bräuchten wir so viel wieder so viel nun wieder so genau die folge legt gerade hoch und ja deswegen mache ich gleich meine neue folge weil so geht es halt sehr sehr schnell um und ja weil die folge muss noch länger geht dann weil ich die einfach bei nachruf laden weil ich bin so menschlich weil nicht drin bin im spiel vergesse ich die zeit wirklich in seines verfehle ich merke schon wieder warte kurz in seiden das ist eine pizza rufen dann mache ich gehe ich bei einer richtigen zeit dahin klar es gab auch tage wo ihr vergessen habt dass der pizza im ofen ist die der zum glück jetzt die verbrannt ist aber auch nicht so lecker aussah die war sehr braun aber die war auch nicht wie soll ich sagen verbrannt aber sie war eigentlich so wie es sein sollte so richtig die westen zu sollen ich war zu brauchen schon wieder um die essen können das war so als würdest du auf stein beißen nein so schon wieder auch hier aber es war schon hart deswegen also das hat ja hat ja sehr hart angefühlt beim beißen wegen machen merken sagen ich sehe zu wie als wir zu gleich nachts wegen leuchten wir müssen aus und spawnen wir hier creeper oh man so we back in the mind ja jetzt mal bei birken saplings so und wir haben auch genug birkenhals spielerweide schon deswegen ja die saplings die wir auch mit dem verlagern irgendwann mal den wald woanders hin der sollte man nicht zu weit weg sein das wird mir gefühlt mal zehn jahre meter laufen und das wollen wir ja nicht ne man könnte ihr keine vorstellen hier könnte so eine ich weiß nicht in brocken kommen zu anderen insel ja wobei naja so lohnt sich gar nicht aber das ist gerade anderes thema somato dann würde ich sagen was soll was machen ist dann eine schaufel bauen so dass wir den weg markieren können ich weiß auch was ich wollte gerade sagen was da hinten war das schwein du schwein alter ich würde sagen nehmen wir mal die slabs da haben wir nicht mehr von oder wobei können wir auch mal ausprobieren mit slabs so sagen machen müssen wir das hier noch durchste gang hier noch und ich würde so ich wollte muss sagen leute wenn ich hier das projekt wie folgen kann man nicht so gut an also nach ein paar nach einer woche da war ja schon glaube ich fast eine woche hat die vorletzte folge und die vorletzte die letzte folge von mir jetzt gesehen also nicht die ich gerade hochlade mit den diamanten sondern mit mit dem eis und so wenn ich sehe dass die irgendwie kaum aufrufe machen oder kaum gut ankommen dann oh scheiße denn habe ich mir so keine Lust hochzuladen weil ich sehe es ist sowieso keiner der sich anschaut und so deswegen ja müsst ihr versteht wenn halt mal längere zeit keine videos kommen oder eine kurze zeit keine videos kommen aber ja das hier letzte video war es nicht so gut angekommen denn wenn ich ein paar teile keine videos gemacht habe obwohl ich zeit hatte habe dann wisst ihr ja warum und ja ich natürlich es muss ich eh erst mal sein wenn ich scheiß aufrufe mache klar weil ich bock habe mache youtube weil ich kein bock habe entweder zwinge ich mir das oder ich mache es einfach nicht hm ich merke schon wieder ich merke schon wieder ich habe einen extrem trockenen mund obwohl ich gerade gefühlten ich habe gerade ohne spaß in der folge gerade schon fast einen halben liter weggeext und trotzdem ist mein mund trocken ass ne richtig scheiße trocken so ich sehe gerade ja wir machen ein bisschen weiter so einfach wie machen wir den jetzt am besten ich würde sagen machen wir drei breit und machen und machen Digga ich verungerst wieder halb ja geil wenn man kein Essen hat ne na guten Apfel hey ha 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 wir wollen spaß wir sollten bald nach Essen suchen eins und wir sagen wir machen mal sechs breit eins zwei drei vier fünf sechs oder ah schiss verbaut sind es denn auch eins so fünf blöcke da merken wir schon wieder dass es später morgen also dass es nachts ist und ja leute ich habe vor allem noch eine woche Ferien aber meine mutter meinte ey ich hasse jetzt nicht mehr spaß ähm es ist ja letzte woche deswegen musste ich jetzt jeden abend irgendwie um zehn an ins Bett denke man nicht dass ich um zehn ins Bett muss aber um zwölf glaube ich und die jetzt morgen jeden morgen halt um zehn aufstehen muss ich meine die ersten tage ist das so bestimmt äh ne weil jedes Tag gewöhnt man ja dran und dann ist bald ja noch ist bald doppisches und das heißt du musst um sieben aufstehen klar Leute manche müssen aus meiner Klasse um sechs aufstehen die mir echt leidtun aber ja ich sage so soll so ist das hier eigentlich ganz gut weil es soll nicht so weit rausragen weil es ist ja irgendwo hinten und dann würde ich sagen eine Stufe eine eine Erweiterung bauen wir noch das sind ungefähr das sind vier hier na verbaut daher richtig geil naja so die machen wir noch mal bisschen höher so so ich habe vor allem mal was gucken wie sieht es eigentlich aus das ist wie das besser aus ne eigentlich realistischer weil die rinde nach der Zeit weg geht naja gut mal gucken ne mal gucken kennst du diese typen die auch dieses mit diesem fortnite dies das sagt mal gucken ne also ich weiß nicht das ist so stelle ich mir einen typischen fortnite spieler vor mal gucken ne was ist ein fortnite dies das das ich finde fortnite ist mittlerweile mein Lieblingsspiel das war mal mein Lieblingsspiel jetzt irgendwie jetzt grad so äh klar ich habe letztens gesehen bis im fortnite world cup hat jemand irgendwie 3,5 millionen gewonnen und meine mutter meinte auch so ey digger du spiel doch auf äh nein ne digger aber ey du spiel doch aber auch fortnite denn spiel doch damit ja erstens ich habe scheiß internet heißt der ping ist hoch drittens ich habe eine normale playstation die ist laut und dieses laut sein von dem von dem kühler oder lüfter macht keinen spaß zu spielen und zu dritten die ps4 ist extrem schwach also das lag manchmal extrem doll oder das spiel ja auch extrem hässlich sieht einfach aus also ist wirklich so und dann macht es auch keinen spaß zu zocken ne und die fps sind manchmal auch ne dann zacken die ab deswegen macht es auch mal keinen spaß vorher zu spielen und allgemein ich bin halt nicht gut obwohl ich na gut nach einer zeit war es ja auch gut weil ich halt auch zeiten wo ich jeden tag gezockt habe und extrem gut war na ja extrem war schon gut war und meine erste runde naja wie sie danach die ich wieder nach ein paar monaten gespielt habe war so abgelaufen ich hatte geilen stuff und war kaum ein extra pro gamer aber auch sich gefühlt zehn meter hoch zehn tausend mal ich sorry und ich kann mal nicht hinterher springe runter und gibt mir einen richtig schönen one shot headshot mit das rot finde geil ALA also das war wirklich extrem abfuck ich kenne mir so hote fuck warum so ja na gut das ist jetzt nicht so schön aus was ich hier gezaurt habe warte geht das geht sogar na gut ja das sieht eigentlich ganz schön aus ne ich würde sagen ich weiß nicht ich glaube ich werde mal ein boot holen und mal ein bisschen die welt erkunden da hinten auf jeden fall ein bisschen warte mal ich versuche wir erstmal die leuchtest mal ein bisschen aus hier und es ist hier auch dunkel wie ein bärenarsch so hier auch ein bisschen so ne mal gucken ne welcher typ da einfach naja so den baum können wir auch mal schnell mitnehmen weil ja keine ahnung wird scheiße aus ich hab schon wieder kein essen was ist denn hier los ey ich will auch meine tiere da grad nicht foltern also ich meine natürlich umbringen um das essen zu haben weil das finden wir noch viel zu wenige deswegen essen da würde ich auch schnell sagen wo muss ein bisschen was Weizen im gruppe sagen sechs reichen ich sage sechs reichen das ist ich habe das ist das ist das ist das ist das ist